Maxwell ist gerade nicht da. So, jetzt bin ich da. Ich bin die Hübsche. Ne, die Fake-Hübsche. Die Fake-Hübsche, jawoll, das will ich hoffen. Die Hübsche, es gibt bloß eine Hübsche. Das ist für die Musik. Ich geh'n fire! Das ist noch peinlicher vom Typ. Nein! Yoshi flieg! Achso, der bestimmt, der Strampelsprung. Scheiße. Weißt du erst mal ins Gamer hin? Boah. Ich bin so ein easy-target. Ich hab' dich gesaved. Ja, mich nicht, danke. Hallo! Ich hab' ich nicht gesehen. Das ist so ein Loot-Modus. Erich hat sich deiner selber umgebracht. Im Mädchen, im Mädchen Livestream und du wirst nur gefickt. Du wirst nur gefickt die ganze Zeit. Oh, das war gut, aber Zufall. Heya. Ich fühl mich so allein. Ich bin hier so ein kleiner Fuzzi. Da bist du auch gefasst, Junge. Ey! Geh weg mit deiner Fake-Hübsche. Wow, ein ganzes Stück, Junge. Du kommst wie aus Mario. Ich bin einfach nur schlecht mit Peachisch. Und der Kleerix ärgert mich. Ich kann dagegen nichts tun mit Peach. Ich bin Rosalina, Mann. Ich kann Peachisch, was willst du? Ich hab' ein D-Tier. D-Tier. Du bist noch besser. Und Rosalina ein A-Tier geht schon. Ne, Rosalina ist echt scheiße. Aber Peachisch ist auch scheiße. Nein, nichts ist cool. Gleich, dass er sich halt selber verletzt. Ja, aber sonst vom Stream her, wenn man... Scheiße. Sobald du Pikachu kannst, kannst du... Wenn du Pikachu mainst, dann bist du Bot. Ich hab' deinen Loomer gekillt. Ich bin böse. Ey! Ich war nur mittendrin, so mit der Prügel leise. Was ist mit mir? Ich war doch mittendrin. Haha, weggelaufen bist du. Ah! Mann! Muss erwarten. Ey, hör auf damit! Ich kann mit Peachisch abtrennen. Die Peachisch ist in keiner Dreckshaufe, ey. Ich kann nicht. Beschwer Blitzy, das geht, oder? Beschwer einfach Blitzy unendlich. Geht schon. Ja, genau. Es gibt immer so eine Taste bei jedem Charakter, den man abused. Ja, weil die overpowered Attacke. Junge, Peachisch, warum krieg ich immer nur Schmutz zur Zeit in Smash? Guck sie dir an, Alter. Wie sieht die aus? Guck dir Peachisch an! Weiß, was heißt das? Ja, aber sie sieht fake hübsch aus. Was macht ihr da? Ah, mein Arsch! No, you don't! No, you don't! No, you don't! Geh weg! Ah, ich hätte dich essen müssen! Ah! Geh es los! Was ist das Sau, Alter! Ey, ich bin draußen im Ring draußen. Ich bin im Leo. Scheiße! Inselbewohner mit mega Kohldampf gegen das blaue Heldenwunder. Mein Name ist viel geiler. Der macht schon das oben kaputt, das blöde Arschloch. Ich mag dieses Ding hier oben nicht. Das ist wieder so eine Plattform, wo ein Dorf drauf landet. Was ist das? Ich greife heute hier auch ran. Ich muss mal richtig mich aussehen. Was macht ihr da? Catchst halt, ihr feigen Säuer. Erik spammt hier bloß. Ja, normal. Was ich sonst mache jetzt mehr Spaß, ich kann nur spammen. Ah, zu hoch! Max, mein Leben von uns. Yoshi fliegt. Nein! Uff! Na! Autsch! Da ist der Inselbewohner weg. Ich komm nicht mehr hoch! Ich bin so unfähig zu springen, Junge. Komm! Da rauf, da auf den Sche... Ich komm noch nicht drauf. Kommst da runter. ...ja, das ist schon besser. Kaboom, kaboom, kaboom! Ich kann nicht, ja, nix auf die... Ich kann nicht, ja, nix auf die... Ich, klar, nix auf die... Ich, klar, nix auf die... Ich, klar, nix auf die... Ich, klar... Ich hätt' meinen Trodor zu schwert, und meinem Arsch! Auf, dein Arsch! Jeder hat jetzt einmal gespiked, außer Queryx. Komm, Alter! Das ist die scheiß Giftwolke. Was? Was war das? Keiner darf mich jetzt verletzen. Ich hab 69 Schaden. Waaat? 79. Aieieiei. 69. 79. Geht schon. Ich klicke euch nur mit meinem Arsch down, oder? Wir müssen es schaffen. Der ist ein Wahnsinn. Der ist ein Wahnsinn. Wo bin ich? Da bin ich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss, ich muss an die spiken. Ich muss ihn spiken. Ich muss ihn spiken. Ich wollte doch spiken. Kaboosh. Megaman. Gönnen Topfen Gesicht. Gönnen Topfen Gesicht. Nomm. Nomm. Nett Mario. Hallo. Das ist so geil, diese blöde Rübe. Da gibt es auch, bitte, da gibt es einen ganzen Ding, weil die haben unterschiedliche Gesichter drauf. Wenn du die nimmst, dann springt der um einen Millimeter weiter zurück. So, ja, das ist wichtig. Ich glaube, die haben wirklich unterschiedliche Effekte. Ja, die Arschbaum, ey, hol! Der Arschfist. Wir spielen nicht Gold. Oh, Gold ist scheiße. Golf sucked ass. Aua! Acha! Arschbaum ins Gesicht! Wo ist der Slap? Ich will den Handslap. Aber ich glaube, dafür muss ich stehen. Dafür muss ich halt stehen. Wann passiert denn das? Oder nicht, langsam fortbewegen. Wie die bügt, muss ich langsam fortbewegen. Wie viel Schaden hat der gemacht? Fast gar keinen. So ein Prozent bitte. Ein zweier, okay. Zwei Prozent. So richtig so Bitch Slap. Ey! Jeden Kreisel, was hast du denn in der Hand? Wie findest du mein Beyblade? Ey, nicht mein aber Beyblade. In den Ring mit dir Beyblade. Hey, eine Bombe! Ja, ja! Fuck, Alter! Ich hab mir eine Bombe aus dem Boden gezogen, dann machst du das einfach so. Das ist einfach das sechste Mal so. Easy money. Das Spiel merkt, dass du zu gut bist. Es muss dich nerfen. Du bist zu gut an dir. Einmal hab ich ihn gehittet. Wahnsinn. Zweimal, zweimal. Ich darfst nur noch zwei Leben. Das ist unfair. Dammit! Was? No you don't. No you don't! Das bringt so gar nichts. Das bringt so zwei Schaden das Teil. Das war ein Spike. Das war ein Spike. Ah, so. Warte, ich darf nicht das Saufen. Genau, das war ja das. Hey, komm, komm. Duck dich mal, duck dich mal vor mich. Duck dich mal vor mich und drück A. Das ist auch ein Spike. Oh. Aber nur bei Peach & Daisy. Ich schau dich schon so an. Hi. Ich nick dir sogar zu. Hey, schau mal, die schaut anders aus. Was macht die? Lass dich jetzt einschlafen, oder was? Ja, bestimmt. A. Nee. Boah. Boah. Das war schön. Ich bin so unfair mit Laser-Augen, ne? Ja, ja, aber nur Warp kann das, weißt du? Aber bevor du das noch cooler, dass der Sorkner einfach... Hui. Bitch halt. Ja, natürlich. Geh weg, Clearyx, weg, Clearyx. Geh weg, Clearyx. Geh weg, du bist so eine Beat-Scheiße. Ah! Oh Gott, das will ich. Direkt tot. Wie? Oh geil, Blue Sport Melody. Ist ja voll nett. Ah! Ah! Wieso, wieso bin ich von der Map runtergerutscht? Weil du Lucina bist. Hau auf mich zu cremen. Er ist gewohnt, dass ich ihn nicht creme, außer einmal pro Stage. Du bist so schön. Ey! Jetzt ist aber gut teleportet, du. You're cute. Ah! Ich bin einfach nass und du kannst ihn gleich fressen. Ey, ich weiche doch so kurz schon aus. Geh doch weg von mir. Ey! Ey, in Mexik kann ich gefühlt nichts, weil ich mit einem Schwertkämpfer gegen Peach, ganz gefühlt auch nichts. Ich bin kein Maßstab, gell? Ich flieg von der Stage runter. Ich war jetzt irgendwie gar nicht mehr so oft, lol. Schon, gell? Ah, der macht nur zwei Schaden, haben wir voll getestet. Arschfick! Golfschlägerfick! Luise, wieso geh ich jetzt? Ich hab mir keine Ahnung. Die Luise! Oh, nix! Lesbian-Porn-Incounter. Lass uns mal kurz Beach-Slap machen, warte mal. Ich komme, ich komme her. Warte, warte, so. Warte, ne, 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 mein Beach-Slapp nur. Ach so. Nur A. Einmal so, einmal so. Ja, genau. Ah, du Bitch, du fucking Bitch! Ach so, nein, du Bitch-Slapp. What the hell? Aua! Aua! Magic an Arschengesicht. Okay, wenn es mal der Hübschen ist, ist es okay. Dann ist sogar geil. Was? Schlusspunkt. Ui! Der geile Schlong. Ich spring jetzt King Kong nach, weißt du? Hahaha! Okay. Außer bei der Stage nochmal? Ah ja, die Autos unten, genau. Heißt, solange du hier bist, bist du eigentlich safe. Hahaha! Lad einmal auf! Lad einmal auf deine Faust! Mit B ist er. Hahaha! Der schaut so aggressiv an! Gib dir das! Guck, der hat sogar eine Ara da rum! Oh mein Gottes Willen! Hahaha! Er will Stress! Hahaha! 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 Das ist jetzt mal ganz cute oder so, da hast du keine Zähne dazu böse. Ey, nicht aufladen! Ja highest man! Hahaha! Das hast du doch grad gesagt! Hahaha! Hahaha! Pij challenging dir langsam mit der Peachandy. Ne tu ich nich! Er ist der einziger�ern, der mich gespielt hab! Nein, dann stimmt, ich doch glaube ich auch gespielt. Aber nicht so viel, weil das Ganze hat nur runterflicken, sie ist egal auf der Stage! Ey, zu mir Spike dich.: Du würdest normalerweise kaum mit rausfliegen! Und dann retten mich die Häuser. Jawoll! Dann gibt's halt die Peach. Kann gegen Peach nicht gewinnen. Oh! Beim Rübel rupfen. Ey, das ist meine Rübel! Hey, was wird dich das noch gehackt, Junge? Was? Aua! Das doch nicht. Nicht mit dem Essen spielen! Ja, meine Mutti hat mir das aber... Hey, guck mal, so. Hat mir gar nichts. Wiener hat mir was geschrieben. Das war's, oder was? Das war King Kong gerade. Oh, sehr schön reingeführt. Jetzt komm schon, mach den aggressiven Donkey Kong. Ach ne, mach den Happy Donkey Kong. Ah, der ist, der ist cute. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man! Ja, Pac-Man! Aber Pac-Man hat auch so einen... Nein! Alter, ich bin der Nachricht. Ich bin der Nachricht, bitte nicht zu grob. Pac-Man! Ey, lass meine Stimme! Ich bin der 9 rausbauen. Ja, safe, Junge. Das war dann Schluss nicht hier. Boah, warum mich wegzusmaschen? Never! Boah! Ich bin mit dem Arsch, auf allem, ja. Aua! Das tut lewe. Boah, jetzt mach ich einfach die Rübe und hieb dich in der Luft so dann, ne? Die Rübe. Hehehehehehe. Hehehehehe. Jungen, ich wurde für eine Map-Kip umgebracht. Ja, so gewinnt Peach. Geht's ja. You got Peach! Ah, das macht Simon noch, das Oh Did I Win! Ja, der masturbiert, glaub ich, der Typ. Also, zweites Stageplan, gut. Ja, du, aber jetzt kannst du aber Cocksheling anz rein. Was, was ist Cocksheling, Junge? Junge, wenn der Schwanz ins Gesicht... Ich hab da so irgendetwas Spezialbegriff zum Spikes. Nein! Scheiße! Ich kann aber gar nicht mehr. Ich hasse ihn! Er ist so langsam und Kinky Woo ist so ein kleiner... Jetzt wird er so verdammt fett, ja? Ja, ja, meiner ist richtig langsam und Kinky Woo ist so... Wow! Ich krieg gar nichts mit dem! Jetzt ist er so richtig! Der kann aber auch nicht... Oh ja, der teilt aber aus, ja? Spiken! Ich wurde gerufen, was? Nein, warum bin ich tot? Aua! Dead! Wir wollen mich nicht rufen! Warum bin ich nicht tot? Was soll das? Hallo, du hast mich fressen! Ey, komm, die Kino hier! Ach! Nein! Die Kino hier ist von mir aus der Fußstelle! Fußstelle! Was? Ich habe ihn gecockshellt! Ah, er hat mich gespiked! Ah! Nein, das ist okay spiked! Das ist so spiked! Das ist so spiked! Noob Card! Noob Card! Na, ne! Ich spiele das zu wenig, besser so stört es mich nicht! Aber Noob Card ist unverzeihlich, ja? Das geht gar nicht! Oh, dein Schlappel! Oh, dein Schlappel! Ne, meine Plattform entfernt sich von mir aus! Was soll das? Ah, ich komme ja gar nichts mehr! Oh, ich! Okay, ich gehe dann mal! Ist so ekelhaft! Oh, ich habe ihn getötet! Was? Na, der Madre! Das geht ja gar nicht, Andi! Scheiße! Bin ich schon wieder, da bin ich! Das ist jetzt zu fett! Da geht jetzt die ganze Map schon wieder! Ah! Uh, gefährlich! Kritisch, kritisch! Uuuuuhuhuhuhuhuhuhu! Ich wollte dich nach Cockshelmen, wollte dich doch! Nein! Nicht mich Cockshelmen! Nur ich nach Cockshelmen! Die Ruckswelle war über Rissus-Jong, hatte ich gesehen! Geh weg mit deinem King! Ah! Autsche! Autsche! Der fette Arsch im GroKo! Das ist der wie Fett-Trainer! Das waren S. Slap. Die, die, die was für Name ist das? So, Titius GroKo, oder? Und Blut hinter laufenden Augen! Untertitelung des ZDF, 2020